Heute hatten wir den zweiten Tag beim Seminar, heute das Intensivseminar Facebook und wichtig ist, dass Videos immer mehr auf Facebook kommen, dass also Videos auch immer mehr Reichweite bekommen, weil immer mehr Menschen online gehen, während man früher noch 100 nur bespielt hat, sind es heute 10.000 und wer gewinnt da die Videos auf Facebook? Kleine kurze Clips, die enorme Reichweite bekommen. Warum? Weil Facebook den Videobereich komplett ausbaut, es wird bald Facebook Watch geben, wo man sich also, wie jetzt zum Beispiel bei SkyGo, kleine Filmchen, Trailer, aber auch ganze Serien auf dem Smartphone anschauen kann. Das wird die Zukunft sein und deswegen ist es wichtig, dass wir heute darüber gesprochen haben, damit wir darauf vorbereitet sind. Wir hatten heute das zweite Seminar vom Werbering Locking Crew mit Marc Torke zusammen zum Thema Facebook. Wir hatten nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen und hatten auch die Mail für die Teilnehmer war raus und ich hatte innerhalb von einem Tag war das Seminar ausverkauft. Wir haben uns heute einzelne Seiten von den Mitgliedern angeschaut, Verbesserungsvorschläge geholt, aber auch, was ist schon gut, also auch persönliches Feedback von den einzelnen Teilnehmern, die dann auch gesagt haben, was denen gefällt, was man besser machen könnte. Es war ein sehr schöner, sehr informativer Abend und wir freuen uns schon auf den nächsten Abend, wenn Marc wieder zu Gast hier bei uns in Nordrhein-Frühnissen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.